Zwei Schlüssel, an die ich nicht rankomme. Und der Schaden, der hätte gerade echt nicht sein müssen. Und das ist schon wieder keine Bibliothek. Oh Mann, oh Mann. Na, der Steam Sale, ne? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wenn man eine Bibliothek braucht, ist keine da. So, einmal hier durch. Meint ihr, wir kriegen hier noch was Schönes? So eine Pille oder so? Ich glaube irgendwie nicht. Doch hier. Ein HP Upgrade. Oh. Komm her, zack. Nice. Nice. So, ich möchte mir die 15 Münzen hier noch aufheben. Oh Gott, was mache ich hier denn? Meine schönen Herzen, die ich gerade bekommen habe, wieder verzocken. Ja? Und warum? Weil ich's kann. So, wir hätten hier oben noch was. Oh, der Automat möchte mir gefallen. Aber. Aber wie komme ich an den ran? Da muss ich ja schon Schaden nehmen, ne? Wir gucken auf alle Fälle mal hier rein. Was soll der Geiz? Oh. Scary. Für drei. Nehme ich mir mit. Aus dem einfachen Grund, ich komme jetzt an diesen Automaten. Und vielleicht kriegen wir die Wahrsager-Kugel. Two of Spades. Nein. Boys of Steel. Das hat sich doch schon mal gelohnt, ne? Dann kommen wir hier ran. Für das Safety Cap. Und das kommt ein bisschen spät. Was möchte ich denn jetzt noch machen? Möchte ich jetzt wirklich noch ein bisschen zocken? Ich müsste eigentlich. Vielleicht noch für die ein oder andere Pille. Oder Fliege. Geht doch. Ja, das ist Mist, ne? So was möchte ich hier nicht sehen. Wer braucht schon rote Herzen mit dem Blue Baby? Her mit dem Zeug. So, Münzen zu mir. Letzte Münze. Zack. Zack. Okay. Dann einmal hier weiter. Moment mal. Da drüben war noch eine Bombe, an die ich nicht rankam. Also ich möchte das Zeug jetzt schon mitnehmen. Wenn ich jetzt schon die Möglichkeit habe. Vor allem das Geld hier. Und der Geheimraum fehlt uns hier noch, ne? Lol. Ha. Na, super. Das war jetzt nicht so toll. Geheimraum, Geheimraum, Geheimraum. Komm, wartet mal. Wir haben vier Bomben. Das eine oder so kann ich gern mal für hernehmen. Und zwar vermute ich, äh, nicht hier hängen bleiben. Das Ganze hier. Also im Moment sieht es ja nicht mal so schlecht aus, ne? Muss ich ja gestehen. So, weiterzocken werden wir nicht. Hi, Mom. Und auch noch Champion, Mom. Aua. Wow. Könntest du mal wieder ein Stück runterkommen? Dankeschön. Mach nur weiter so. Tritt mich. Ja. Komm. Alter Krampffuß. Lass das Auge weg. Das ist nicht schön. Stirb. Oh, Mann, 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 Mann. Der hat jetzt noch sein müssen. Pillen-Tasche. Zweimal Bad Guess. Lack ab. Lack ab. Zumindest kriege ich ein Herz wieder. Wir werden hier nochmal Mom kurz ins Zimmer scheißen. Entschuldigung. Wir werden uns das Polaroid mitnehmen und ab in die nächste Ebene. Aber so weit bin ich in einem normalen Raum mit dem Blue Baby schon lang nicht mehr gekommen. Was hätten wir denn? Was hätten wir denn? Oh, Squeezy. Oh, Squeezy. Die stirbt doch bitte. Ja, komm. Du hast doch nichts mehr. Äh, nehm nicht Monster 2. Oh, nö. Polaroid-Effekt. Draufhalten, draufhalten, draufhalten. Komm schon. Geh, sterben. Stirb, 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 stirb. Ein Herz verloren. Das ist in Ordnung. Das ist hier hinnehmbar. Hier muss ich ein bisschen aufpassen. Erstmal die Blubberbläschen von denen wegmachen. So. Das ist schon wieder absolut die falsche Richtung. Der Gotthof. Nee, nee, nee. Ich bin schnell genug. Ab in die Stachel mit dir. Kiste. Äh, nö. Uh, vier Stück. Jetzt heißt es hier ein bisschen Augen offen halten. Oh. So, und du noch. Komm, 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 komm. So, jetzt. Balls of Steel. Perfekt. Oh, Mann. Das ist natürlich auch nett. Na, super. Das finde ich nicht so nett. Oh, das ist ja Utero XL. Das kann ja jetzt spaßig werden, ne? Nein. Das kann jetzt richtig spaßig werden, hier in der Riesenebene den Boss zu finden, ne? Na, komm. Sag mal, irgendwie kommt mir das gerade, Tears Upgrade. Irgendwie kommt mir das gerade so vor, als wenn wir Guppies Tail hätten, ne? Nö, 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 nö. Wow, wow, wow. Oh Gott. Da dachte ich schon, ich kriege wieder Schaden. So, hier nach unten. So, geht doch. Und ich habe immer noch das beschissenste Spacebar-Item, was es in diesem Spiel gibt. Und zwar das, lasst du uns in den Raum kacken. Nein! Oh, aus Versehen, aus Versehen die Karte benutzt. Das war jetzt, das war jetzt richtig schlecht. Oh, jetzt Auge. So, langsam wird das Ganze anstrengend. So. Ähm, hier. So. Weiter nach rechts. Oh Gott. Also ich muss ja wirklich gestehen, der Run ist ein bisschen anstrengend. The Magican. Okay, hier ist, äh, der Boss schon mal nichts. Da kommt den letzten noch. Wo ist er? Nein. Hier. Nein, 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 nein. Nicht so ein Tick mitnehmen. M-m. Ähm. Ha, durchgepackt. Hehehe. Oh. Ihr seid so anstrengend. Könnte ich hier vielleicht noch einen Automaten oder so kriegen. Ja, kommt schon. Pille. HP Upgrade. Neues Herz für uns. So. Eventuell hier nach rechts. Moment halte ich mich echt gut. Muss ich mich mal selbst loben. Aber ich hätte das jetzt wahrscheinlich nicht sagen dürfen. Denn jetzt geht es dann gleich wieder los. Wie zum Beispiel mit sowas. Und zum Glück kann ich hier fliegen, dass ich zumindest auf die rote Suppe nicht aufpassen muss. Kann durch Steine schießen. Oh, Pille. Bad Gas. Super. Luck Up. Okay. Schlüssel. Bombe. Karte wieder mitnehmen. Boah, guckt euch mal die Ebene an, ne? Komm schon. Ein, zwei Pillen. Ne Pretty Fly auch noch. Okay. Habe ich mehr Geld wie vorher. Na komm. Pillen. Oh, kein Geld. Das habe ich doch. Ich möchte dir mein Geld geben. Oh, Mann, Mann, Mann. LOL. Pinky Eye. Ne. Ähm. Aua. Oh, Mann, der war, der war schlecht. Ich hätte das Ding einfach mit meiner eigenen Bombe sprengen sollen. Oh, ich habe den Boss gefunden. Ich muss ja gestehen, der Schaden, den wir hier machen, der ist nicht mal schlecht. So. Teratoma. Oh, ein bisschen Spinny Action hier. Aber er hat es gleich überstanden. Oh, hier ist ein Upgrade. Bloß eine neue Karte. The Tower. Äh, nee, dann nehme ich mir lieber The Magician mit. So, Moment. It lives. Ja. Sind wir mal wieder hier. Was macht die Karte hier? Was macht die Karte hier? Homingshots. Attacke. Oh, nö. Nicht Monstro. Oh, nö, 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 nö. Keine Laseraugen, bitte. Oh, das ist jetzt mies, ne? Oh, entscheide dich doch mal. So, was ist denn das? The Tower. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ha. Gekonnt, eingesetzt. Soundbuck. Stippenarm. Wow. Das lief ja doch nicht mal schlecht, ne? So. Jetzt ist natürlich wieder die, die, die große Preisfrage, wohin? Hm, das gefällt mir schon mal. Das gefällt mir eher weniger. Nein. So, hier kommt. Geste. Oh, schon wieder Luck-Upgrade. Hm. Vielleicht doch nach rechts. Oh, komm schon. Da ist der erste down. Und der zweite auch schon. The Chariot. Okay, das ist nicht mal schlecht. Oh. Erst mal die Greets hier. Aua. Beiseite schaffen. Oh, oh, oh. Boah, das ist Stress hier. Das ist richtig Stress. Boah, zum Glück trifft mich der nicht so wirklich. Sonst hätte ich hier schon viel, viel mehr Schaden genommen. So, mal rein Interesse halber. Ne. Auch wenn ich es gern mitnehmen würde. Hm, hm. Na, kommt her. Komm her. Sind wir hier denn richtig? Schon wieder ein Greed. Na, komm. Oh, wir bräuchten wieder unsere Sonnenbrille. Money is power. Das wär's jetzt. Ähm, ach komm. Oh, das mal. Dafür nehme ich auch gern das eine Herz in Kauf. Und wir sind schon wieder falsch gelaufen. Aua. Da kommt der. Mein Herz wieder. Ja, wieso laufen wir eigentlich immer in der Cathedral oder allgemein in den schweren Ebenen in die falsche Richtung. Boah, schon wieder Greed. Boah. Ähm. So, klar. Geh doch einfach mal aus dem Screen raus, weil du's kannst. Oh Gott. Äh, links oder rechts? Links. Dankeschön. Weiter nach links. Ich hab Isaac gefunden. Aua. Komm runter hier. Dankeschön. Geht doch, geht doch, geht doch. Hallo Isaac. Blue Baby versus Isaac. So, ich versuch's mal. Wir haben hier halt doch ein kleines Schutzschild. Okay. Dann näher ran. So, meine Fliegen und mein Cube of Meat, die regeln das. Gauen wir mal. Ja, es läuft, es läuft. Und den einen machen wir auch noch fertig. Ha. Up in the chest. Und ich hoffe jetzt mal auf gute Items. Hm, kein gutes Item. Eine Pille. Poison Touch. Lock up. Und du warst, glaub ich, Bad Gas, ne? Ja. Äh, was möchte ich mit diesen Items haben? Aber ich könnte mir zumindest mal den Dice mitnehmen. So. Na klar. Ich glaub, meine Fliegen sind erschöpft. Ha. 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 Oh, das artet hier den Stress aus. Wieder mal. Ganz, ganz klein wenig Stress. Treubombe. Ach. Ähm. Äh. Falsche Richtung. Ähm. Wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Erstmal hier schön in die rote Kacke rein. Kannst du ja dann hey spawnen. Boah, ist auf Stil. Oh, schon wieder. Nicht euer Ernst, oder? Ähm. Nach links. Ja, meine Herzen schwinden so langsam. Ja, die schwinden echt so langsam. Stirb doch endlich. Ja, ja. Hey, hey, hey. Karte. The Stars. Nützt mir hier auch sehr viel. Das ist stressig. Das ist stressig. Ja. Zumindest ein Seelenherz wieder für mich. Moment. Ach, mein Würfel ist noch nicht fertig. Shit. Das war jetzt klar. Oh, das hätten wir. Nein. Haben wir hier durch. Eventuell hier nach unten. Nö, natürlich nicht. Aber. Aber. Hey. 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 Nö, 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 nö. Keine Bomben. Lass das doch sein. Ja, hier dürfte ich sicher sein. Lass das doch. Na, komm. Zack. Nö, nö. Nö. Schlüssel. Wow. Auf den Spiegel stehe ich ja mal so gar nicht. Ich hätte die zwei Items hier rerollen sollen. So, hier ist wieder die Scheiße, die rote, die nervige. Na klar. Na klar. Na klar. Oh Gott. Oh Gott. Ich habe ja ganz vergessen, dass das ein Champion ist, ne? Der gibt uns hier aber dick, ne? Der gibt es uns hier wirklich richtig dreckig. Boah. Boah, zweimal super Lust. Schön am Rand entlang. Boah, die sind teilweise echt schnell. Und dann wiederum so unberechenbar, weil sie sich gegenseitig irgendwie blockieren und... Oh ja, ich weiß auch nicht, ne? Könnte zumindest vielleicht mal eine der Lust hier sterben. Das Jammhart. Das nützt mir gar nichts. Und warum habe ich eigentlich ne... Oh Gott. Aua. So, jetzt kommt er. So, komm schon. Nein, geh jetzt sterben. Oh, bleib doch mal hier unten. Das ist der Joker. Ne. Ne, 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 ne. Ähm, ja. So, ein bisschen konzentrieren. Boah. Oh, Daddy's Love. Und ich habe das Blue Baby gefunden, ne? So. Wenn ich mich jetzt nicht allzu doof anstelle, müssten wir das packen. Blue Baby versus Blue Baby. Also ich probiere es mit meiner Taktik. Äh, Schutzschild frisst hier alles. Aber ich glaube, Taktik geht gleich nicht auf. Oh. Okay, wir haben noch das One-Up. Oh, pfuh. Okay, wir haben noch das One-Up. Na, super. Aus einer Bombe, mach eine Bombe. So. Blue Baby versus Blue Baby. Hm. Irgendwie habe ich so die Vermutung, dass wir hier einfach zu ein bisschen wenig Schaden dabei haben. Ja. Vielleicht ein bisschen zu viele Tears dabei haben, weil der kackt uns hier schon richtig zu, ne? Naja. War aber echt ein guter Run. Wir sind mal wieder richtig weit gekommen mit dem Blue Baby. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns dann zur nächsten Folge von The Binding of Isaac.